Herzlich willkommen Leute, lasst einen Like da, lasst einen Abba da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, kostenlos, dann kommt immer ein neues YouTube Video, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, da unten die Glocke, und vergesst nicht meinen Instagram Account zu folgen, dort heisst ich Pavone, also dort heisst ich Giuseppe, Bodenstrich, Pavone, also Giuseppe, Bodenstrich, Pavone, 15, Wales gegen Schweiz, ein 1 zu 1, ein zweites Spiel in Eröffnungsspiel in UEFA, 5 Minuten Nachspielzeit, ja, in der ersten Halbzeit müssen wir gar nicht darüber reden, das Video kommt bald online, wenn es fertig ist, ja, es ist viel rum los, endlich wieder Videos auf meinem YouTube Kanal, ich habe euch gesagt, ich melde euch, YouTube Video Pause, aber, ja, es kommt nur Juventus Video, also es kommt nur Juventus Video Pause, Xhaka, immer noch, also es kommt nur Juventus Video Pause, und die Halbzeit, oh, immer noch, es gibt 5 Minuten Nachspielzeit, also die Schweiz hat richtig gut gespielt, der Ball wird, 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 der Ball wird einfach nicht drin, haben, von der Schweiz, von der Schweiz, Gavranovic, 1 zu 0 Schweiz, 49 Minuten, und dann Embolo, 1 zu 0 für die Schweiz, Embolo, 49 Minuten, aber Gavranovic, ja, und dann kommt das 1 zu 1 in der 74 Minuten, dann kommt das 1 zu 1. Jetzt kommt Norvig, der Spieler von Norvig, also 5 Minuten Nachspielzeit, also 2 Minuten, für Ramsey, von Juventus Spieler, ja. Lasst schon jetzt ein Like da, und ein Abo da, für wen seid ihr? Waitz oder Schweiz? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, Waitz oder Schweiz? Für wem seid ihr jetzt? Also für wem seid ihr heute? Also mega viele Chancen, die Schweizer, sie haben immer, immer wieder, probiert, die Lücke zu finden, aber, es hat nicht geklappt, also das ist ein, richtig, also das, diesen Match ist einfach nur spannend, auch gestern, könnt ihr das letzte Video anschauen, hier oben, ist es geklickt, Italien gegen Türkei, ihr könnt ihr ein Like da geben, zwei Videos, gestern gemacht, und jetzt kommt Schweiz gegen UEF. Ich sag's euch Leute, es kommt jetzt UEF-Euro-Videos. Ja, 3 Minuten Nachspielzeit, das ist noch 2 Minuten, und der Gavranovic ist reingewechselt, nicht mal ein paar Sekunden, und Gavranovic macht ihn 2 zu 1, zur Führung von Schweiz, 2 zu 1 für die Schweiz, aber es ist leider ein Goalcheck, aber dann ist ein Abseits, das Tor ist nicht gegültet. Und jetzt Embolo, 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 Embolo! Der Ball will einfach nicht drin sein, und noch die 2 Minuten, ihr seid hier, Wales, Wales oder Schweiz, für Wales oder Schweiz, für wem seid ihr? In die Kommentare schreiben, wenn ihr das Video fertig ist. Schaut euch das letzte Video an, ich wünsch, ich wünsch euch einen schönen Samstag Nachmittag, und einen schönen Samstag, fast, ja. Ich wünsch euch einen schönen, ich wünsch euch einen schönen, restlichen schönen Samstag, und, ja, auf Wiedersehen, und heute kommen noch 2, Belgien, Russland und Dänemark, Finnland, Finnland, also Belgien, Belgien, Russland, Dänemark, Finnland, kommen heute 2 Matches, vielleicht werde ich auch das Video drehen, aber ich muss noch schauen, und, ja, noch eine Minute, für die 95 Minuten, bumm. Akanji, vielleicht ein lange Ball mal in die Spitze. Schatz. Und die Schäle, da bin ich jetzt auch nicht weg. Bale. Immer nach Schweiz. Auch die letzten, und ab 5 Bale! Und ich habe, es ist beendet. 3, 2, 1. Ich würde mal sagen, Like da, Abo da, die rote Glocke aktivieren, und ich würde mal sagen, Check! Ben Davis von Liverpool! 4, 5! Das Spiel ist beendet zwischen Wales und Schweiz, den ersten Spiel, es ist unentschieden, den ersten unentschieden Spiel, an diesem heutigen Euro-Bam, Euro-Euro-Sage, Tschüss! Video Online jetzt! Dank, Embolo!